Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Donnerstag, dem 24. Oktober 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 721, respektive die 22. Und habt heute Themen mit dabei wie Harmony OS, Snap, Emoji 12.1, Android-Verteilung, Mate X und Boon. Ich beginne mit Harmony OS. Möchtet ihr euch noch erinnern, was das für ein Betriebssystem war? Genau, das war das Betriebssystem, mit dem der Huawei-Boss mal rumgewedelt hat. Zumindest in der einen oder anderen News hieß es soweit, dass das die Zukunft für alle Android-Geräte oder eben nicht Android-Geräte aus dem Hause Huawei sei. Dank den lustigen Kämpfen mit den Staaten und respektive besser gesagt mit Herrn Trump, musste man ja was bringen. Und es sollte die Android-Alternative sein, die alles umhauen wird. Jetzt hat man ein bisschen relativiert. Das Ganze soll eben nicht eine Android-Alternative sein und oder doch, aber nicht so über Nacht. Und wie genau, das könnt ihr in den Shownotes im Link anklicken und nachlesen. Auf jeden Fall, wenn es sowas kommen würde mit als Alternative geplant, dann eher so in Richtung Huawei P40. Also, dürfen wir gespannt sein auf den nächsten Frühling. Weiter geht's mit Snap. Das ist die Mutter der Tochterfirma hinter Snapchat. Und die hat neue Quartalszahlen veröffentlicht. Und ja, Quartalszahlen sind immer so ein Ding. Hin und her, viele Zahlen auf und ab und hin und her. Jetzt ist es so, Snapchat konnte seine Nutzerzahlen steigen. Und zwar ziemlich stark im Vergleich zum letzten Jahr auf 210 Millionen User. Und auch sonst haben sie einiges Schönes gebracht. Aber ja, Anleger, wie sie manchmal halt sind, sind nicht zufrieden. Ich finde das auf jeden Fall definitiv keine schlechte Entwicklung in den Zeiten, wo man eben gegen andere Grosse ankämpft und das eine oder andere zurückgeht. Somit ist das sicherlich definitiv kein falscher Wert, der da rausgekommen ist. Seid ihr noch bei Snapchat? Wenn ja, lass es doch mal über die Kommentare oder über Social Media und andere Wege uns zukommen. Das würde mich wirklich wundernehmen. Emoji 12.1 Es gibt 168 neue Emojis. Die wurden neu vorgestellt und werden mit dem nächsten grösseren Update dann auf den einzelnen Plattformen auch ausgerollt. Wann das genau soweit sein wird, weiss man noch nicht. Was es aber gibt, sind viermal. Viele geschlechtsneutrale Formen. Neben den gelben Gesichtern und so weiter gibt es jetzt eben auch noch mehr, was definitiv nicht verkehrt ist. Und da sind zum Beispiel dabei Feuerwehrleute, Rollstuhlfahren, Astronauten, Künstler. Ich habe einen Bauer gesehen, einen Koch oder eine Köchin, eine Lehre und eine Lehrerin und, und, und. Und ja, bald haben wir noch mehr Emojis zum Auswählen. Dann gibt es wieder mal Neuigkeiten aus dem Hause Google. Android hat bekannt gegeben, und zwar neue Zahlen. Und das ist fast schon, ja, eine grosse Überraschung, denn früher hat man die Werte der Updates jeweils monatlich gezeigt. Dann hat das Ganze ja sich nicht so richtig entwickelt, wie es hätte sein sollen. Google hat selber zwei Stellschrauben angezogen und die scheinen langsam, aber sicher zu wirken. Denn die Zahlen gehen, zumindest wenn man den offiziellen Graph, den sie veröffentlicht hat, Vertrauen schenken mag. An erster Stelle ist Android Pie, dann gefolgt von Android Oreo MR1 und Android Oreo im Original. Und die teilen sich den Android Mark ganz schön auf. Da denkt man jetzt, ja, was sind denn all die Telefone mit Android 3? Zwei sind es dann doch nicht mehr, aber 4, 5 und 6 sowie 7 und 8 hin. Ja, das hat Google einfach mal so aus der Statistik heraus gelöscht. Gut, kann man machen, dann schauen die Zahlen auch deutlich besser aus. Man muss aber auch dazu sagen, in letzter Zeit sind bei gewissen Herstellermarken und Smartphone-Modellen die Updates wirklich schneller gekommen. Das habe ich auch in meinen Tests bemerkt. Und das Pie, was ja schon über ein Jahr alt ist, kommt immer auf mehr Geräte. Mal schauen, wie schnell es dann mit Windows 10, äh Windows 10 Android 10 klappen wird. Es wird nicht nur bei Samsung gefaltet. Zu einem gibt es ja, dass Samsung Galaxy Fold jetzt auf dem Markt ist in der Schweiz ja schon mittlerweile ausverkauft und man wartet auf neue Modelle. Auch hat man angekündigt, dass im nächsten Jahr viele neue Produkte kommen werden in dem Bereich und vor allem sehr viele verkauft werden möchten. Da waren ja grosse Zahlen mit dabei. Nun gibt es Neuigkeiten von Huawei. Die bringen nämlich das Foldable Mate X per 15. November in den Verkauf. Freut euch nicht zu früh, ausser ihr wohnt in China, denn aktuell gibt es das nur in China zu kaufen. Wenn es dann in internationalen Bereichen kommt, das werden wir noch sehen. Ohne Google-Dienste macht das sowieso nicht so viel Spass. Der Finanzdienstleister oder Zahlungsdienstleister Boone hat ein Update rausgehauen, dass einige freuen wird, die auf ihrer Bank nach wie vor kein Apple Pay bekommen. Denn Boone verzichtet ab sofort auf die monatlichen Grundgebühren. Auch wenn die mit 1,49 Euro nicht wirklich hoch waren, ja, Sparen ist nie verkehrt. Und so könnten sie wahrscheinlich noch den einen oder anderen Kunden für sich gewinnen. Ab dem 22. Oktober, also rückwirkend auf den 22. Oktober, wurden die Grundgebühren abgeschafft. Somit kann man mit gutem Gewissen sich da ein Konto anlegen. Wer Apple Pay und Google Pay und Garmin Pay und so weiter testen mag. Das war es mit den Neuigkeiten, die ich heute am Donnerstag für euch hatte. Morgen am Freitag könnt ihr, wenn ihr mögt, wieder 2 sein und reinhören. Ansonsten wünsche ich euch schon mal einen schönen und erfolgreichen Tag. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.